Ich erzähle den Tagesordnungspunkt Einwohner-Fragestunde und rufe auf Tagesordnungspunkt 4.1 Zwischenbericht zum Stand der Vorbereitung Landesausstellung Jahr der Industriekultur 2020. Sehr verehrte Damen und Herren Stadträte, mit Beschluss vom 23. Mai dieses Jahres wurden wir beauftragt, Vorschläge zu erarbeiten, wie sich die Stadt Zwickau im Rahmen der Landesausstellung Industriekultur 2020 einbringt. Diese Vorbereitung konnten wir bisher noch nicht umfassend erfüllen, da der Vorbereitungsstand der Landesausstellung einschließlich der Begleitausstellungen und die Diskussionen um das Thema Industriekultur in Sachsen für ein zusätzlich begleitetes Konzept der Stadt Zwickau noch nicht ausreichend sind. Das heißt also, die Vorbereitungen auf Landesebene sind noch nicht so weit, dass wir uns mit dem eigenen Konzept einbringen können. Die zentrale Landesausstellung Industriekultur wird im Jahr 2020 in Zwickau stattfinden. Auch im Jahr 2020 wird das Jahr der Industriekultur in Sachsen stattfinden. Die Landesausstellung ist eine Veranstaltung, in der die Industrialisierung ganz Sachsens mit all seinen Facetten und Ereignissen mit dem Schwerpunkt Industriekultur Mensch dargestellt werden soll. Es ist keine Veranstaltung zur Entwicklung der Industrie in Zwickau. Zwickau wird entsprechend seiner Bedeutung und seiner Innovationen in die Landesausstellung integriert werden. Was und wie, das ist Sache des Kurators. Zum Jahr der Industriekultur 2020 gibt es noch kein bestätigtes Konzept, keinen Ablauf und gesonderte Zielstellung beziehungsweise eine spezielle finanzielle Untersetzung. Das Jahr der Industriekultur 2020 kann nur als Prozess und als wichtiges gemeinsames touristisches Leitthema für unsere Region und für Sachsen betrachtet werden. Das Thema sollte und muss auch über das Jahr 2020 hinaus lebendig bleiben. Zielstellung muss sein, alle Initiativen zum Thema Industriekultur zunächst in die Organisation zum Jahr der Industriekultur 2020 einzubinden. Dem Kurator der Landesausstellung ist natürlich immer vorbehalten, einzelne Projekte, Ideen oder Themen auch in die Leitausstellung selbst oder das zugehörige Marketing aufzunehmen. Zur Landesausstellung 2020 im Audi-Bau in Zwickau. Das Thema befindet sich bereits in intensiver Vorbereitung. Es gibt ein erstes organisatorisches Konzept, einen Fahrplan bis 2020. Der anerkannte Kurator Herr Spring wurde benannt und entsprechende Finanzmittel bereitgestellt, Finanzmittel im Landeshaushalt. Das sächsische Immobilien- und Baumanagement Zwickau befasst sich in Abstimmung mit dem Kurator und der Stadt Zwickau, mit dem Audi-Gebäude und dem Umfeld. Ab Ende 2017 wird es verstärkte Bemühungen um das Thema Marketing mit der Einstellung befähigter Mitarbeiter zur Beteiligung an den kommenden touristischen Leitmessen geben. Diese Aktivitäten, dieses Konzept wird vom Deutschen Hygienemuseum vorgelegt, die ja mit der Durchführung der Ausstellung beauftragt sind. Die Erstellung des ausstellend begleitenden Veranstaltungsprogramms, das museumspädagogische Konzept und die Entwicklung von Publikationen sollen 2018 beginnen. Auf Basis dieser Konzeptionen des Kurators muss und wird sich Zwickauer entsprechend beteiligen, engagieren und ergänzend mit spezifischen Zwickauer Themen tätig werden. Nun zum Jahr der Industriekultur 2020. Das Thema ist fachlich der Kulturstiftung Sachsen zugeordnet worden. Ein Fahrplan ist in Arbeit. Mehr liegt uns bisher dazu nicht vor. Eine erste Initiative ist das Projekt, welches der Kulturraum Vogtland-Zwickau in Vorbereitung hat und zwar hier schon mit einer konkreten Konzeption. Der Kulturraum Vogtland-Zwickau bedient sich zur Bearbeitung des Themas Industriekultur der Tourismusregion Zwickau-Zeitsprungland e.V. Es wird eine erste gemeinsame, schon sehr differenzierte und untersetzte Initiative der erweiterten Tourismusregion Zwickau mit dem Kulturraum Vogtland-Zwickau und der Stadt Chemnitz zum Jahr der Industriekultur 2020 vorbereitet. Dieses Konzept wird vom Kulturkonvent des Kulturraumes beschlossen werden und beinhaltet auch finanzielle Mittel für den Marketingprozess und entsprechende Personalkosten zur Umsetzung dieses Konzepts. Alles ist eingebunden in die neue Destinationsentwicklung Tourismusregion Chemnitz-Zwickau, in der das Thema Industriekultur das Wesentliche und das verbindende Element sein soll. Wie ordnet sich nun die Stadt Zwickau mit Eigeninitiativen, aber auch als kooperativer Partner in beide Projekte Landesausstellung und Jahr der Industriekultur ein? Folgende Einzelschwerpunkte sind zu beachten. Erstens, fachliche Unterstützung der Leitausstellung und der Begleitausstellungen durch die Stadt Zwickau, Erstellung eines Organisations- und Beteiligungskonzeptes. Zweitens, bauliche und organisatorische Unterstützung der Landesausstellung und der Begleitausstellungen durch die Stadt Zwickau. Drittens, Unterstützung des Marketingkonzepts der Landesausstellung, Erstellung eigener Marketingbeiträge für Zwickau und die Regionen. Viertens, Jahr der Industriekultur 2020, Unterstützung und Beteiligung am Projekt des Kulturrahmens Vogtland-Zwickau und der Tourismusregion. Fünftens, Landesausstellung und Jahr der Industriekultur als Beitrag zum Stadtjubiläum 2018. Und sechstens, Nachhaltigkeit der Landesausstellung und des Jahres der Industriekultur für Zwickau. Was in den jeweiligen Themen bisher geplant ist, haben Sie in der Vorlage dargestellt. Zusammenfassung. Der Kurator, das Deutsche Hygienemuseum, erstellt für die Landesausstellung zunächst ein Grobkonzept der Leitausstellung. 2018 wird die Entwicklungsplanung der Leitausstellung erstellt und 2019 muss die Ausführungsplanung des Kurators vorliegen. Die Stadt Zwickau erstellt darauf aufbauend und in Abstimmung mit dem Kuratorium ein ergänzendes Konzept zur Landesausstellung mit Schwerpunkt Stadt Zwickau. Der Freistaat, also das Sächsische Sozialministerium für Wissenschaft und Kunst und die Kulturstiftung Sachsen geben den Rahmen zum Jahr der Industriekultur vor. Der Kulturraum Vogtland Zwickau, die Tourismusregion Zwickau haben unter Einbeziehung Dritter einen Entwurf für eine Untersetzung des Jahres der Industriekultur mit Marketing, Maßnahmen und Projekten erstellt. Die Einbeziehung Dritter Unternehmen für eine interessierte Orientierung auf das Jahr der Industriekultur im Kulturraum und das begleitende Veranstaltungskonzept sind auf dem Weg. Bis zum Juni 2018 wird der vorliegende Zwischenbericht zum Begleitkonzept Landesausstellung und Jahr der Industriekultur erweitert und dann dem Stadtrat erneut vorgelegt werden. Ich bitte heute um Zustimmung des vorliegenden Sachstandes oder Kenntnisnahme des vorliegenden Sachstandes. Der Haupt- und Verwaltungsausschuss hat sich letzte Woche damit beschäftigt und hat Ihnen diesen Zwischenbericht einstimmig empfohlen. Wer möchte das Wort? Herr Gruß, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe nur eine Frage in dem Zusammenhang. Im Beschluss wurde ausgeführt die Beteiligung Dritter, auf die sind Sie auch gerade eingegangen. Ich würde da noch gerne mal nachfragen, welche Aktivitäten sind dafür bisher konkret getätigt worden bzw. wann und wie ist geplant, genau diese Beteiligung der Zwickauer Bürgerschaft durchzuführen? Herr Gruß, ich möchte auf meinen Vortrag verweisen. Solange wir kein konkretes Konzept vorliegen haben, können wir auch niemanden beteiligen. Wir haben sehr wohl Initiativen hier in Zwickau, die mit Herrn Ziesler, der von der Stadtentwicklung verantwortlich ist, gesprochen haben. Das sind teilweise Unternehmer, das sind aber auch Vereine, zum Beispiel der Steinkohlenbergbauverein, die sich hier einbringen wollen. Und wenn es denn so weit ist, dass wir das Konzept der Ausstellung vorliegen haben, werden wir auf diese Vereine und Personen wieder zugehen. Diese melden sich übrigens auch in Dresden beim Kurator, dort sind sie aber an der falschen Stelle. Der Kurator hat die Aufgabe, eine Ausstellung, ein Konzept zu entwickeln und umzusetzen. Und wie wir uns dann einbringen, das müssen wir hier auf der örtlichen Ebene klären. Kann man das im Prinzip jetzt so verstehen, auch als Aufruf, die sich an die Stadtverwaltung wenden können, die Interessierten? Ja, das haben wir, das kann man so verstehen und hat man auch so schon verstanden. Herr Reichen. Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Oberbürgermeisterin, zur Stadtratsfeier, zur Nennung der Jahrfeier ist ja ein umfangreiches Werbe-Baket vergeben worden, ein Ö-Konzept. Wird in diesem Werbe-Baket darauf hingewiesen, auf die Landesausstellung 2020. Müsste ich jetzt mal zu meinen linken Nachbarn schauen, weil ich es jetzt nicht erkannt beantworten kann. Herr Reichel, würden wir Ihnen noch nachreichen? Herr Drexel. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, werte Stadtratsmitglieder. Ich möchte noch mal zu dem Punkt 2 gehen. Und zwar steht da bauliche und organisatorische Unterstützung der Landesausstellung in Zwickau. Und da steht einmal unten die Straßensanierung Audi-Straße, Straßensanierung Hochstraße, Sanierung Gelände 1 Energie Audi-Straße. Und da frage ich mich jetzt, nächstes Jahr sollen dann also dort in dem Bereich links und rechts intensive Baumaßnahmen stattfinden. Gerade in dem Jahr, wo wir unser Stadtjubiläum feiern. Und wo dieses Jahr der Erweiterungsbau des Forschmuseums in Betrieb geht. Also ich sage mal, Großbaustelle gerade um das Museum herum. Ich weiß nicht, ob das jetzt besonders glücklich ist oder ob es da eventuell schon Lösungen angedacht sind, das so, ich sage mal, besucherfreundlich zu gestalten, wie es nur geht. Und dann die Frage, Punkt Sanierung Gelände 1 Energie Audi-Straße, ist das für uns als Stadt haushaltsrelevant? Und was ist unter der Zwischennutzung Gelände ZDV Audi-Straße durch 1 Energie zu verstehen? Warum steht das jetzt so drin? Also es ist ein Fragenpaket, Herr Drexler, es ist so, im Jahr 2018, wenn wir 900 Jahre Zwickau haben, wird es auch viele Baumaßnahmen in Zwickau geben. Herr Bürgermeister Mayer hat es im Haushalt schon vorgestellt, das Jubiläumsjahr soll ja kein Stillstandsjahr sein, sondern wir zeigen ja damit auch, dass es weitergeht. Und unser Gewandhaus, wo ich mir auch gewünscht hätte, als wir damals in die Diskussion getreten sind, schon 2012, 2013 wäre es schön gewesen, wenn es zur 900-Jahr-Feier fertig gewesen wäre. Aber es ist eben nicht alles so nach Wunsch immer möglich. Und es ist schon wichtig, dass die Straßensanierung, und das ist eigentlich unser Beitrag, rund um die Landesausstellung und auch das Horch-Museum passieren, übrigens auch eine Bitte, ich will nicht sagen Forderung, eine Bitte unseres Mitgesellschafters vom Horch-Museum, die ja immer sagen, also wir machen jetzt hier das schöne Museum und die Straßen rundherum lassen noch zu wünschen übrig. Und es ist auch 2018, 2019 zu sehen, also 2020 wollen wir damit fertig sein. Thema ZDV-Gelände, Gelände 1-Energie, das ist ja das, wo wir ursprünglich ZDV-Gelände geplant hatten, den Neubau-Stadtarchiv, was wir ja nicht mehr weiterverfolgen. Und dieser Platz ist geplant für die Bereitstellung als Parkmöglichkeit für die Landesausstellung. Eventuell auch noch ein Gelände von 1-Energie. Die 1-Energie saniert zurzeit ihr Gelände. Das, was die ZDV schon gemacht hat, die Altlastensanierung, das passiert jetzt bei 1-Energie auf dem Gelände und die nutzen aktuell das Gelände der ZDV für die Ablagerung des Materials, was jetzt ausgehoben wird, was dann wieder zurückkommen soll. Und das ist das Thema, wo wir uns beteiligen, auch Ausschilderung. Ob jetzt dort jetzt finanzielle Forderungen anstehen, das kann ich Ihnen wirklich noch nicht sagen. Wir haben es jetzt erst mal nicht so vorgesehen. Aber ich kann es jetzt nicht definitiv sagen, es werden keine entstehen. Herr Drechsel. Noch mal eine Nachfrage. Also nicht, dass hier ein verkehrter Eindruck entsteht. Ich bin der Letzte, der etwas gegen die Sanierung dieser beiden Straßen hätte. Ich hatte jeglich auf den Zeitpunkt abgestellt, weil hier in der Vorlage drin steht, 2018. Es hätte ja dann auch stehen können, eventuell 2019. Dann wäre das etwas unspektakulär. Ja, ich habe auch noch mal Rücksprache mit der Frau Köhler. Es sind beide Jahre gemeint. Weiter, Herr Otto. Wenn wir eben mal dabei sind, bei Straßen und Gehwegen dahin, war ja die Woche auch ein Artikel drin in der Freien Presse, wo also auch, sagen wir mal, der Zustand des Bahnhaltepunktes eine Rolle gespielt hat. Und da habe ich mir so überlegt, naja gut, wenn du da aussteigst, der Bahnpunkt ist dann vielleicht ein bisschen aufgehübscht. Aber der Weg dorthin ist doch auch relativ lang. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn man das vielleicht ein bisschen versucht, kurzweilig schon zu gestalten. Also, dass wir da ein paar Dinge mit unterbringen, vielleicht auch schon ein paar Werbestählen oder irgendwas, wo, sagen wir mal, der Weg eben zu dem Museum, sagen wir mal, nicht so trist ist. Und im Grunde schon, dass eben das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn ich da hingehe, dass ich vielleicht das eine oder andere schon habe, was mich inspiriert und was ich dann sehen kann. Das wollte ich bloß schon jetzt auch mal mitsagen und wird vielleicht sogar auch mitgemacht. Danke für die Anregung, Herr Otto. Das ist auch zum Thema Ausschilderung und auch Öffentlichkeitskonzept, alles darunter mit zu verstehen. Vielleicht können auch die Landtagsabgeordneten da ab und zu mal einen Stand machen und zur Belebung des Weges mit Beitrag. Weitere Fragen? Dann beende ich die Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt und stelle zur Abstimmung den Zwischenbericht und dass wir im Juni nächsten Jahres weiter informieren werden über den Sachstand. Wer dem seine Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 4.2, Entgelt- und Benutzerordnung für die Ratschuhbibliothek. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Herr Dr. Fenders, wer der Mitglied des Rates, Ihnen liegt die Neufassung der Entgelt- und Benutzungsordnung für unsere Ratschuhbibliothek vor. An der Kürze der Begründung sowie der Synopse können Sie sehen, dass die Änderungen überschaubar sind. Wir mussten natürlich für den neu eingerichteten WLAN-Spot entsprechende Regelungen aufnehmen. Neben weiteren geringfügigen Änderungen gab es noch Modifizierungen bei den Entgelten, siehe Anlage 3. In der Höhe wurde sich dabei an den in wissenschaftlichen Bibliotheken des Freistaates Sachsen empfohlenden beziehungsweise gebräuchlichen Entgelt-Sätzen orientiert. Vorlage wurde im Finanzausschuss und im Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsausschuss vorberaten. Beide Ausschüsse empfehlen Ihnen jeweils einstimmig, der Neufassung zuzustimmen. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Dazu Wortmeldungen. Das sehe ich nicht. Ich bitte jetzt bei der Abstimmung und Zählung der Stimmen, Wer der Entgelt- und Benutzungsordnung für die Ratschulbibliothek gemäß Anlage 2 und Anlage 1 zustimmen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Danke, Gegenstimmen, Enthaltungen bitte die Zähler des Ergebnisses zu Protokoll geben. 45 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen und keine Enthaltungen. Die beiden nächsten Tagesordnungspunkte 4.3 und 4.4 würden wir gerne gemeinsam abhandeln und dann aber getrennt abstimmen. Jahresabschluss Konservatorium 2015 unter 4.3 und 2016 unter 4.4. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Frau Dr. Fintas, verehrte Mitglieder des Rates, entsprechend der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung ist der Jahresabschluss eines Eigenbetriebes durch den Stadtrat festzustellen. Unser Konservatorium hat sowohl den Jahresabschluss 2015 als auch den 4.16 fristgemäß aufgestellt. Aufgrund aber der aufwendigen Prüfung der Eröffnungsbilanz können Sie unser städtisches Rechnungsprüfungsamt die Jahresabschlüsse erst in diesem Jahr prüfen. Kurz zu den Ergebnissen. Beide Wirtschaftsjahre konnten ausgeglichen abgeschlossen werden. In 2015 betrug der städtische Zuschuss 1.223.000 Euro. Im vergangenen Jahr 1.322.000 Euro. Die Umsatzerlöse stiegen in 15 um 18.000 und im vergangenen Jahr um 29.000. Der bestehende Verlustvortrag von 453.000, das war auch eine Nachfrage im Finanzausschuss, soll jeweils vorgetragen werden. Der Ausgleich soll in diesem Jahr erfolgen. Für beide Jahre erteilten die Wirtschaftsprüger jeweils einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ohne Beanstandungen. Die vom städtischen Rechnungsprüfungsamt durchgeführte örtliche Prüfung ergab jedenfalls keine Aspekte, welche der Feststellung der Jahresabschlüsse entgegenstehen. Vorberaten wurden beide Jahresabschlüsse im Finanzausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss. Beide Ausschüsse bestätigen einstimmig die Beschlussvorlagen. Ich bitte ebenfalls um Zustimmung. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Bitte gibt es Wortmeldungen. Das sehe ich nicht. Damit beende ich die Diskussion zu Tagesordnungspunkt 444, stelle als erstes zur Abstimmung und frage bei beiden schon, ist das Verlesen des Beschlussvorschlags insgesamt erforderlich? Das sehe ich nicht. Wer dann dem Jahresabschluss 2015 des Robert-Schumann-Konservatoriums seine Zustimmung geben kann, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen. Enthaltungen? Das ist einstimmig. Und wer den Jahresabschluss 2016 ebenfalls seine Zustimmung geben kann, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen. Enthaltungen? Ebenfalls einstimmig. Tagesordnungspunkt 445. Fünfte Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung. Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Herr Dr. Finte, es wäre der Mitglied der SZH, dass Sie sich sicherlich noch an die Stadtratssitzung im Monat Juni, wo wir leider konstatieren mussten, dass die beschlossenen Regelungen in der Stadt Zwega im Bereich dieser Sondernutzungssatzung nicht praktikabel waren. Und wir hatten Ihnen damals gesagt, dass wir das korrigieren werden. Die Ihnen heute vorliegende Formulierung, insbesondere im § 7 Barrierefreiheit, ist nun das Ergebnis der Zwischenvertretern der IHK, unserer Behindertenbeauftragten, einem Mitglied des Beirates für behinderte Personen des Landkreises Zwickau und der Stadtverwaltung geführten Gespräche. So war es abgestimmt. Nach der Erstellung der Beschlussvorlage reichte die IHK noch eine Stellungnahme nach, die wir den Mitgliedern ausgereicht haben. Ich möchte kurz zum Kern dieses Wunsches der IHK einen Satz sagen. Man stellt darauf ab, dass die avisierte Preise von 1,80 Meter auf 1,50 Meter nicht durchgeführt werden sollen, weil man den Bedarf einfach nicht sieht. Und ich möchte Sie einfach darauf aufmerksam machen, wir bleiben als Partner bei dem Ihnen vorliegenden Beschlussvorschlag, zumal rechtlich diese 1,80 Meter auf eine DIN-Norm im Baugesetz beruhen, das ist die DIN-Norm 18.040-3, die in der Zwischenzeit in die Liste der technischen Baugestimmungen in der Sächsischen Bauordnung aufgenommen wurde und damit natürlich mehr oder weniger Gesetzeskraft hat. Die Änderungssatzung und die Stellungnahme wurden am 12.10. im Wirtschafts-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss diskutiert. Der Fachausschuss befürwortet die Vorlage mit sechs Jahren bei drei Enthaltungen. Ich bitte Sie ebenfalls jetzt der 5. Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung zuzustimmen. Danke, Herr Bürgermeister Mayer. Wortmeldung. Frau Theischert. Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren Stadtratskollegen, wir haben uns sehr gründlich mit dieser Sondernutzungssatzung beschäftigt und wir bleiben bei den 1,80 Meter. Das ist die Begegnungsbreite für Rollstühle, die erforderlich ist. Wir wissen sehr wohl, dass es Ausnahmeregelungen in bestimmten Bereichen geben wird. Wichtig wird sein, dass wir die Händler sensibilisieren können, ihre festen Einrichtungen barrierefrei zu kennzeichnen. Ich denke, dem wird das Ordnungsamt sicherlich auch nachgehen und kontrollieren. Ich spreche hier für unsere Fraktionen. Wir stimmen der Sondernutzungssatzung zu. Ich bitte Sie, um dasselbe zu tun. Weitere Wortmeldungen? Keine weiteren Wortmeldungen? Dann beende ich die Diskussion zum Tagesordnungspunkt 4,5 und stelle jetzt zur Abstimmung die fünfte Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung, die in den Anlagen 1 und 2 dargestellt ist. Ich stelle vor der Abstimmung fest, dass 45 Stadträte hier im Raum sind. Spricht jemand dagegen? Nein, also 45. Wer dann dieser fünften Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung seine Zustimmung geben kann, den bitte ich ums Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei 42 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen ist die Sondernutzungssatzung so beschlossen. Tagesordnungspunkt 4,6 KBE, Satzungsänderung. Herr Burgemeister Mayer. Herr Dr. Rinder, ich werde Mitglieder des Rates an der KBE. Ausgesprochen kommunale Beteiligungsgesellschaft, MWH an der NWIA, hält unsere Stadt über unsere Stadtwerke Holding mittelbar 6,6 Prozent der Geschäftsanteile. Die KBE, die wiederum mit ca. 22 Prozent der Geschäftsanteile an der NWIA MAG beteiligt ist und verwaltet, dient der Wahrnehmung der Steuerung und der Sicherung der kommunalen Interessen, also auch unserer bei der NWIA MAG. Die Gesellschaft der Versammlung der KBE soll nun am 3. November über die Änderung der Satzung der KBE entscheiden. Dem Geschäftsführer unserer Stadtwerke ist diesbezüglich eine Weisung für diese Abstimmung zu erteilen. Das ergibt sich aus den Regelungen unserer städtischen Hauptsatzung. Zur vorgeschlagenen Änderung verweise ich auf die Beschlussvorlage. Es soll nun die Möglichkeit geschaffen werden, dass der Aufsichtsrat frühzeitig eine Vorab-Ausschüttung auf den zu erwarteten Jahresabschluss beschließen kann. Mit diesem Instrument kann in den Folgejahren die Reduzierung von diesen sogenannten Negativzinsen bei Geldanlagen und damit Verluste auch bei unserer Stadt erreicht werden. Der Finanzausschuss empfiehlt nach Behandlung des Schlussgegenstandes am 10. Oktober Ihnen die Zustimmung zum Beschlussvorschlag. Ich bitte ebenfalls um Zustimmung. Danke, Herr Mayer. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer dann dieser Satzungsänderung seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmenthaltungen? Das ist einstimmig beschlossen. Tagesordnungspunkt 5.1. Anträge der Fraktion Die Linke, SPD, Bfz, Grüne und AfD. Antrag auf Bildung eines Akteneinsichtsausschusses zur Überprüfung und Aufarbeitung der aufgetretenen Probleme bei der Baumaßnahme Umbau und Sanierung des Theaterkomplexes, erster Baubschnitt Gewandhaus. Wer trägt vor? Herr Wühl. Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als erstes möchte ich mich bedanken bei der Oberbürgermeisterin für die Feststellung der Eilbedürftigkeit, also die Erkenntnis, dass wir heute darüber reden, nicht erst im November. Ich hätte mir die Zusammensetzung der Ausschüsse oder des Ausschusses etwas anders gedacht. Ich hätte mich gefreut, wenn jede Fraktion hätte zwei Fachleute in den Ausschuss schicken können. Die CDU hat von ihrem Recht Gebrauch gemacht zu sagen, nein, wir wollen das Benennungsverfahren. Also wird die Besetzung jetzt so, wie es in dem Austauschantrag steht. Aus einigen Ecken war zu hören, das bringt ja eh nichts, was soll denn da rauskommen? Ich denke, was das bringt oder was da rauskommt, das liegt an uns. A, an den Mitgliedern des Ausschusses, was finden sie raus? Und B, was sind wir als Mitglieder des Rates dann bereit für Konsequenzen zu ziehen? Also Möglichkeiten gäbe es da viele. Das kann A, die Möglichkeit sein, dass wir sagen, das Atelier ST hat ja alles richtig gemacht, wir setzen es wieder ein. Das kann B heißen, großes Problem, stellt da Projektsteuerer dar. Wir kündigen den Projektsteuerer, Problem könnte auch sein, dass es ein Personalproblem im Hochbauamt ist. Müssen wir oder können wir als Rat auch dort einen Beschluss fassen? Aber wie gesagt, erst nach den Ergebnissen. Eine Bitte an die Oberbürgermeisterin habe ich noch, und zwar die Einladung zur ersten Sitzung mit verkürzter Ladungsfrist, dass wir nächste Woche schon anfangen können zu arbeiten. Und zum Schluss noch eine Bitte an alle im Sinne der Sache um Zustimmung aller Fraktionen. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Fäustel. Liebe Stadtratskollegen, ein Antrag, der uns hier vorliegt, der ja regelrecht Schlagzeilen provoziert. Ich sehe schon richtig vor mir die Schlagzeile in der Bildzeitung und die Stadt feuert den Planer. Dann stellt sich dem Leser dieser Schlagzeile durchgleich die Frage, heißt das Baustopp? Heißt das Kostenexplosion? Heißt das eventuell eine Ewigbaustelle? Wie zum Beispiel in Berlin, der Flughafen Berlin-Brandenburg. Das sind so die Szenarien, die sich mir stellen, wenn man hier so einen Antrag einbringt. Der Heilsbringer dieses ganzen Dilemmas soll dieser Akteneinschichtsausschuss sein. Eingereicht durch die Mehrheit dieses Rates als Eilantrag. Die Oberbürgermeisterin hat dem Eilantrag stattgegeben und somit haben wir das heute auf der Tagesordnung. Sie haben schon gesagt, eine Fraktion ist hier nicht mit dabei. Das könnte den Anschein erwecken, die CDU-Fraktion will das nicht. Dem ist nicht so. Wir halten bloß diesen Akteneinschichtsausschuss für nicht sinnvoll. Aus dem Grunde, weil bei der letzten Stadtratssitzung, bei dieser Sondersitzung, der Vortrag von der Baubürgermeisterin, von der Frau Köhler, sehr umfangreich war, sehr aufschlussreich war. Er hat erläutert, das ganze Prozedere, er hat sämtliche Vorgänge dargelegt. Also von, wie das war, von der Ausschreibung über die Angebotseinholung, die Bewerber, dass sich manche Bewerber dann verabschiedet haben, die Auswahl der Bewerber, die Vergabe und natürlich dann die ganzen Leistungsphasen wurden auch erläutert und auch der Bautenstand und was alles noch zu tun ist. Das Fazit der Erläuterung des Vortrages von der Frau Köhler war für mich, die Kündigung war alternativlos. Es musste geschehen. Das konnte ich daraus entnehmen. Dennoch sollten wir als Stadträte, als Stadträte der Stadt Zwickau, ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das Ziel müsste heißen, oder soll heißen, die Fertigstellung, die schnellstmögliche Fertigstellung des angefangenen Bauvorhabens. Und das unter Einbehaltung des Kostenrahmens. Und dafür stehen wir natürlich auch als CDU. Wir respektieren als CDU-Fraktion die Mehrheit des Ratswillens, diesen Akteneinsichtsausschuss zu gründen. Wir werden dem Vorschlag zustimmen. Und besonders begrüße ich Ihren Änderungsantrag, der mir heute vorliegt, wo also es danach geht, dass es dieses Benennungsverfahren ist, also nach § 6 Absatz 2 der Hauptsatzung, dass man diesen Ausschuss bestellt, nach dem DeHON-Verfahren, und der Ausschuss sich zusammensetzt mit neuen Mitgliedern, so wie jeder Ausschuss, den diese Stadt hat, sei es Finanzausschuss, Kultur und Bildung und was es alles gibt. Ja, und in diesem Sinne werden wir Ihrem Antrag zustimmen und stimmen für diesen Akteneinsichtsausschuss. Herr Itzeg. Wieso, weshalb, warum, Akteneinsichtsausschuss. Man kann geteilter Meinung sein, und gerade weil man gemeinter oder nicht allgemeiner Zustimmungsmeinung vielleicht findet, macht das Sinn oder macht es keinen Sinn, hätte ich eine Bitte an die Beteiligten. Der Stadtrat Fäusler hat gerade gesagt, die CDU wird zustimmen dem Antrag der restlichen Fraktionen. Ich hätte einen Wunsch, dass wir zu einer gemeinschaftlichen Meinung kommen. Lasst uns mit Sachverstand in diesen Akteneinsichtsausschuss gehen. Werter Stadtrat Binder, werter Herr Feustl, werter Herr Uwe Seidel, ich würde auch gern den Herrn Bayerlein, aber der wäre wohl befangen, sehr geehrter Herr Norbert Groß, sehr geehrter Herr Wöhl, sehr geehrter Herr Reichel, sehr geehrter Herr Hintzig, oder Herr Pescher, weil wir haben auch mit Fördermitteln zu tun, Herr Tristan Drexel und ich in Person, lassen Sie uns bitte gemeinschaftlich diesen Ausschuss begründen und ihre Fachkompetenz einfließen lassen und einer schnellen Abarbeit dieser Dinge zuführen, weil ich und die anderen Einreicher der Meinung sind, wenn wir Fachkompetenz aus den Bereichen Bau, der Jur, Juristerei und den begleitenden, eventuell sogar Fördermittel begleitenden Dingen, dort gemeinschaftlich Einsicht nehmen, können wir zu einem Erfolg, wie der auch immer aussieht, gemeinschaftlich kommen. Das wäre meine Bitte an die Fraktionen, weil es ja das Vorschlagsrecht ihrerseits gibt. Es macht natürlich keinen Sinn, Herr Fäustle, und da bin ich hundertprozentig bei Ihnen, wenn wir den Ausschuss, wie vielleicht auch Vergangene, mit Reden füllen, die, Entschuldigung, das ist nicht negativ gemeint, aber mit der Materie an sich, in Gänze in Ihrem Berufsleben nichts zu tun haben. Das ist meine Bitte an die Bildung dieses Ausschusses, vielleicht kann dem gefolgt werden, und dann wird man sehen, was nach Sichtung der Unterlagen, und um mehr geht es im Moment gerade nicht, ohne auch nur ein Abrese zu stellen, das Bauvorhaben, was im Moment weiterläuft, ist ja einer eingesetzt, der das weiterführt, zu gefährden noch Sonstiges. Es geht tatsächlich, und so verstehe ich diesen Antrag der Fraktionen, um das, was letztendlich schon mal gesprochen war, eben diese Fehler, wenn denn welche aufgetreten sind, für die Zukunft zu vermeiden. Und um das abzuschließen mit den Worten des Herrn Beierlein aus der letzten Stadtratssitzung, es handelt sich um wohl das wichtigste Bauvorhaben derzeit in der Stadt Zwickau. Also folgen Sie bitte, meiner unserer Bitte, und lassen Sie uns mit Sachverstand, ohne den anderen nahezutreten zu wollen, in diesen Ausschuss gemeinschaftlich zur Ergründung einziehen. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Müller. Ja, ich denke, zwei Bemerkungen sollten von mir her noch folgen. Zum Ersten wundert mich die Ungleichbehandlung der Wertung von solchen Ausschüssen. Wir hatten letztens den ersten Ausschuss, der zum Robert-Schumann-Konservatorium betrachtet hat, der sich viel Mühe gemacht hat mit 230 Ordnern, das muss man erst mal leisten. Da hat es einen Bericht gegeben, den hat keinen interessiert. Nicht eine Fraktion, der es verlesen worden ist. Danach hat es keine Diskussion darum gegeben. Deswegen wundert es mich schon, was man hier für eine Priorität diesen Ausschuss setzt. Zum Zweiten, es hat einen Geschäftsführer gegeben, der hat hier vor laufenden Kameramen in diesem Haus gesagt, ich würde mit braunen Politik machen. Merkwürdigerweise dieselben Herren haben gemeinsam mit der Fraktion der Linken den Antrag gestellt, dass wir eine Sondersitzung haben, vergangenen Montag, und heute auch diesen Antrag für diesen Ausschuss. Das ist schon sehr verwunderlich, führt meines Erachtens an der Sache vorbei, denn diese Stigmatisierung führt zu Wahlergebnissen, die viele von uns nicht wollen. Aber wenn das so geduldet ist, beziehungsweise wenn das so weiter praktiziert wird, finde ich das eine sehr unverschämte Geschichte. Danke. Herr Binder. Herr Binder. Punkt 1 freut mich natürlich, dass der Itzek meinen Namen erwähnt, nachdem ich ja Montag vor einer Woche so garstig war zu ihm. Aber du verstehst das ja, oder? Ich werde dem Antrag selbstverständlich auch zustimmen, wenn es die Mehrheit will, dann stimme ich zu. Ich kann nur zwei Punkte nicht verstehen. Das eine ist, die Linke schreibt, oder Entschuldigung, nicht die Linke, in dem Antrag steht drin, dass die Gründe für uns nicht nachzuvollziehen sind. Ich glaube, die Frau Baubürgermeisterin Köhler hat eigentlich sehr detailliert dargestellt, warum es unweigerlich zu dieser Kündigung kommen musste. Also ich glaube, wer das nicht in der Sitzung verstanden hat, ja, der war vielleicht nicht da. Also für mich ist es nachvollziehbar. Und ich erinnere, der Herr Reischl selbst hat ja dann auch kundgetan, dass die Kündigung unvermeidbar war. Also Sie kennen ja die Gründe. Von daher verstehe ich den Satz nicht nachzuvollziehen, oder die Wortwahl überhaupt nicht. Und das Zweite ist, ich verstehe ja nicht, warum die Linken so mit Akribie das Ganze verfolgen. Wenn ich nämlich das Protokoll der Niederschrift vom 26.03.2015 heranziehe, da ging es um den Akteneinsichtsausschuss zur Aufarbeitung der aufgetretenen Baumängel am Robert-Schumann-Konservatorium. Ich zitiere, Stadtrat Wöhl bezieht sich auf Akteneinsichtsausschüsse vergangener Jahre. Punkt. Nach seinen Recherchen habe es seit 1990 drei oder vier Ausschüsse gegeben, leider mit unzureichendem Ergebnis. Aus diesem Grunde wolle die Fraktion Die Linke dem Antrag nicht zustimmen. Was ist heute anders wie damals? Und wenn man weiß, was in dem Akteneinsichtsausschuss Robert-Schumann-Konservatorium rausgekommen ist, wie der gearbeitet hat, dann muss ich sagen, Herr Wöhl, ich gebe Ihrer Auffassung vom 26.03.2015 recht, verstehe aber nicht, dass heute mit der Vehemenz ein Akteneinsichtsausschuss verlangen. Danke. Weitere Wortmeldungen? Herr Wöhl. Da ich ja jetzt persönlich angesprochen wurde, will ich mal einen Satz dazu sagen, der große Unterschied ist, die Akteneinsichtsausschüsse der letzten Jahre waren alles Ausschüsse über Bauprojekte, die schon am Ende waren. Jetzt sind wir mittendrin und können da noch was bewegen. Das ist der große Unterschied. Herr Binder. Meine Erinnerung nach haben wir aber diesen Akteneinsichtsausschuss 2015 auch unter anderem deswegen beschlossen, damit es genau diese Verfehlungen, wie im Robert-Schumann-Konservatorium gibt, nicht mehr geben soll. Das Ergebnis erschließt sich mir heute noch nicht. Herr Dr. Schick. Also wir haben ja heiß debattiert über das Geschäft, aber das läuft genau darauf hinaus. Hier ist ja jetzt die Notbremse an den Punkt gezogen worden, wo wir weit von dem Punkt entfernt sind, wie wir es im Robert-Schumann-Konservatorium haben. Da war es eben mittlerweile so verfahren, die Kiste, dass wir schon mit pleitegegangenen Firmen zu tun hätten, mit Nachträgen, mit schon schlecht erbrachten Werkleistungen, die neu gemacht werden mussten und und und. Hier hat endlich mal jemand Mut gezeigt und hat gesagt, wir ziehen die Reißleine ganz am Anfang. Ehe größerer Schaden passiert. Ich meine, der Akteneinsichtsausschuss wird nicht viel zu tun haben, die Akten sind ja wesentlich weniger, es ist ja noch nicht viel passiert. Aber das oberste Ziel sollte eigentlich nicht sein, sich wieder stundenlang hinzusetzen und zu gucken, was denn nun war, sondern es sollte lieber geguckt werden, wie kommen wir so schnell wie möglich mit einem Neuen in die Gänge, das war aufbauend auf das, war ja bestimmt nicht alles schlecht, was war. Es ist ja bloß im Laufe der Zeit, wurde ja sehr gut vorgetragen, schlecht gelaufen. Dem Mann sind die Leute weggelaufen, am Ende hat die Manpower gefehlt, alles nachvollziehbar, da wird der Akteneinsichtsausschuss zu keiner anderen Auffassung kommen und zu keinen anderen Erkenntnissen. Es müsste so schnell wie möglich weitergehen und wenn Sie sich da alle einig sind, sich an den Boden zu setzen, wie wir das Ding so schnell wie möglich als Theater wieder bespielbar kriegen, da würde ich mitmachen. Aber für so einen Akteneinsichtsausschuss halte ich genauso viel, wie Sie damals gehalten haben. Es wird auch bei diesen Sachsen jetzt schon nichts rauskommen, was uns hier vom Hocker reißt. Weitere Wortmeldungen? Herr Itzik. Also, ich glaube, die Dinge sind schon viel ausgeführt. Wenn er einberufen wird, wäre das mein erster Akteneinsichtsausschuss in dem Bereich, in dem ich mich seit 25 Jahren tumme. Herr Dr. Schick eine Frage und Herr Binder, an wie vielen Akteneinsichtsausschüssen haben Sie denn mit Ihrer persönlichen Beteiligung in Ihrer Amtszeit hier in dem Stadtrat schon teilgenommen, um positive Ergebnisse überhaupt zu erzielen? Weil ich glaube, wir machen es uns immer einfach, wenn wir sagen, das bringt nichts, aber mitmachen tun wir dann auch nicht. Deswegen hatte ich vorhin die Bitte geäußert und habe auch sehr bewusst, sehr bewusst, Namen dazu benannt, die ich dort gern mitsehen würde, damit wir eben entweder zu der einen, zu der anderen oder zu einer noch nicht bekannten Erkenntnis kommen und dann tatsächlich mal das passieren sollte, was der Zweck dieser Sache ist, nämlich, dass es in der Zukunft nicht mehr vorkommt. Das ist nochmal Sinn und Zweck der Geschichte. Das wollte ich nur nochmal wiederholen. Danke. Weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Damit beende ich die Diskussion zum Tagesordnungspunkt 5.1 und stelle zur Abstimmung. Erstens. Es wird ein Akteneinsichtsausschuss nach § 28 Absatz 5 Sächsische Gemeindeordnung gebildet. Zweitens. Der Ausschuss soll folgende Frage durch Sichtung von Protokollen und weiteren Schriftstücken beantworten. Was sind die Ursachen und Verantwortlichkeiten, die zur Kündigung des Vertrages mit dem Sieger des VOF-Verfahrens los 1 Gebäudeplanung gemäß § 34 HOAI und Anlage 1 HOAI die Baufysik, das Architekturbüro das Architekturbüro Atelier ST Gesellschaft von Architekten MBH Leipzig geführt haben, beginnend mit der Ausschreibung und der Vergabe bis zum Bauablauf. Drittens. Der Ausschuss wird im Wege des Benennungsverfahrens gebildet. 3.1 der Akteneinsichtsausschuss zur Aufarbeitung, zur Überprüfung und Aufarbeitung der aufgetretenen Probleme bei der Baumaßnahme, Umbau und Sanierung des Theaterkomplexes 1 Bauabschnitt Gewandhaus besteht aus neun Mitgliedern. 3.2 der Stadtrat stellt die Sitzverteilung für den Akteneinsichtsausschuss zur Überprüfung und Aufarbeitung der aufgetretenen Probleme bei der Baumaßnahme, Umbau und Sanierung des Theaterkomplexes 1. Bauabschnitt Gewandhaus wie folgt fest. Fraktion CDU 4 Sitze, Fraktion Die Linke 2 Sitze, Fraktion SPD 1 Sitze, Fraktion Bfz Grüne 1 Sitze, Fraktion AfD 1 Sitze. Der Ausschuss nimmt seine Arbeit unverzüglich auf und legt spätestens in der Sitzung des Stadtrates im Februar 2018 den Abschlussbericht vor. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Danke, Gegenstimmen, Enthaltungen? Bei einigen Enthaltungen ist das so beschlossen. Vielen Dank. Vielen Dank.